Willkommen zurück in den Tiefwurztiefen hier in Eldenringen. Ich bin gerade verreckt. Leider bin ich gar nicht. Meine Runen liegen da nur einfach so rum. So, lass gucken. Und zwar, wer ist schuld? Der Onkel da. Den mach ich jetzt platt. Der kriegt jetzt erstmal hier eine... ...der Dings verpasst. Mond. Treff ich? Jo, getroffen. Nein. Ist gut. Jetzt fängt er damit an. Nein. 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 Uh, Vorsicht. Geht doch. Man muss nur wollen. Fallen sie mal tot um. Herr Baumwächter. Keine Ahnung, wer du bist. Stab des Avatars. Lass mich raten, das ist kein Zauberstab, sondern ein Hau-drauf-Stab. Wen finde. Da. Jo. Das ist irgendwas mit Glaube. Und Glauben tue ich ja nur im Leben nicht. Ähm. So, was hat er hier gemacht? Wieso Hunen habe ich? 126.000. Äh, der hat hier gar nichts gemacht, ne? Der hat hier einfach nur... ...am Blockage-Schild. Ich hätte den auch ignorieren können. Oh, eine... ...eine Geister-Tallilie. Was ist das? Was ist das? Mein Pferd! Mein Pferd! Lass mich... ...ah! Ah! Nein! Nein, nein, nein. Moment. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Was ist denn jetzt? Es ist die Dings-Alle. Ich hasse das Vieh. So. Es ist mein Pferd tot. Was mein dagegen? Ach, zu Fuß laufen. Ist okay. Ähm... Na komm, einmal. Es gab da irgendwas, womit man sein Pferd wiederbeleben kann. Warte mal, ich weiß nur nicht, wie. Mit was? Damit? Nein. Womit... Womit belebt man sein Pferd wieder? Sturmwind für LP-Renning. Irgendwie könnte man es doch wiederbeleben. Das dusselige Gaul. Keine Ahnung, womit. Ich weiß es nicht. Dann ist es mir aber auch egal. Soll der Gaul bleiben, wo der Pfeffer wächst. Aha. Goldenes Land. Hä? Böse Ameise. Ist hier noch mehr Ameisen? Nein. Ist schon wieder meine Lampe aus. Aber wo muss ich denn lang, Teufel, nochmal? Hier? Ne, oder? Das sieht... Ich sehe überhaupt gar nichts. Nein. Das sieht ja auch nicht danach aus. Todes voraus. Ich könnte ja meinen Gaul wiederholen, aber ich muss erst mal wissen, wo ich überhaupt hin muss. Hier oben scheinbar nicht hin. Vielleicht da durch. Da bin ich hergekommen. Ja, okay. Sieht danach aus, oder? Ja, sieht gut aus. Irgendwie. Irgendwo. Ich drücke die ganze Zeit den Aufschaltknopf, damit ich nichts übersehe. Also kein Viech. Okay, warte mal hier rauf. Was ist das hier für ein Gegröße? Vorsicht vor Material. Abschreibung voraus benötigt. Was weiß ich denn, wo wir hin müssen? Wir könnten da runter gehen. Er reitet da runter. Ich könnte auch hier lang gehen. Runter geht es auch. Irgendwie, ne? Keine Ahnung. Ich wünsche, ich hätte meinen Gaul wieder. Ah, Furcht. Ja, nein. Als einziges Problem... Sicher ist sicher. Äh, nein. Wo geht es denn hier weiter? Vorsicht. Da oben ist irgendein Durchgang, ne? Hätte ich gesagt. Hier. Aha, okay. Ich gehe mal da durch. Wie Sie sehen... ...Packung voraus. Volle Packung. Wo denn? Ich sehe keine Packung. Da ist die Packung. Oh, das ist aber... Das eine da ist aber eine große Packung. Äh, oder? Bin mir nicht sicher. Ähm. Hoffnung voraus benötigt. Äh, äh. Oh Gott. Ist das... Wacht das Ding da gleich auf? Ja. Aber... Lebt der noch? Ihhh... Was ist das? Hune, Huhnbogen. Aha. Habe ich das große Vieh erwischt? Oder was war das gerade? Oder war das nur ein Ei? So. Ich sehe hier leider überhaupt gar nichts. Hier, hier fällt es mir nicht. Da oben hängt auch noch irgendwas. Runterkommen. Oder runterfallen. Kann man auch machen, wenn man möchte. Ja, ja. Hihi. Also, solange ihr nicht hochkommt. Boah, was für Runen. Also, das hier ist ja mal... Das lohnt sich ja mal am massivst hier, was ich hier gerade treibe. Gott, ich sollte da nicht runterfallen. Das ist ja total einfach. Treffe ich den? Nein. Ich will da nicht runterspringen. Möchte ich da runterspringen? Eigentlich nicht. Ja, ich sehe da hinten... Pass auf, jetzt springen wir mal auf Auge. Vorsicht, da unten ist auch noch was, oder? Ja, ha, ha. Nein, nein. Ich gehe mal hier runter. War eine gute Entscheidung. Das ist unglaublich, was es hier an Runen gibt. Aber ich bräuchte langsam mal... Sag mal, wie viele Viehzeuger gibt es hier? So, sieht gut aus. Ich wäre so dankbar, wenn ich hier mal eine Gnade kriegen würde. Da ist was Goldenes. Was Goldenes ist eigentlich immer ganz gut. Eldensterne. Aha. Und... Where am I supposed? Ah, da unten. So. Wenn ich jetzt da runterhopse... ...werde ich bestimmt sterben. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen um meinen Manna. Ähm... Wo soll ich jetzt lang? Keine fehlende Austausch voraus. Wahnsinn! Aber wo soll ich denn jetzt lang? Hier? So. Die macht mir Sorgen. Die holt sich mal kurz weg. Bleib doch mal hier. So. So, da geht es nicht weiter. Also gehen wir mal hier weiter. Ich werde mich so ärgern, wenn ich jetzt hier verrecke, weil ich habe so lange keinen... Was ist denn für ein Geräusch? Da oben ist irgendwas. Da ist... Ne, das ist ein Busch. Alles gut. Gut. Okay. Hier kann ich meine... Soldaten holen. Wo muss ich hin? Wo ist die nächste? Guck mal hier runter. Na, da eher nicht so, ne? Wo muss ich denn hin? Vielleicht hier runter? Fragezeichen? Ich möchte doch nur eine... Eine Gnade, bitte! Ich kriege aber keine. Denkst du, ich kriege eine? Nö. Wo bin ich eigentlich gerade? Irgendwo. Sind da Gnaden? Ne, da liegt irgendetwas anderes rum. Ich will doch nur eine Gnade. Da liegt mir viel zu viel Gedöns rum. Vor allem ist da so ein olles Vieh. Ich komme da nicht durch. Ich brauche eine Gnade. Da wäre sie beinahe runtergefallen, mein Freund. Da unten ist auch keiner. Wenn ich mich jetzt hier ganz am Rand lang mausche. Vielleicht kommen wir dann da durch. Wie viel haben wir denn noch? Drei. Eigentlich vier. Ich bleib mal hier ganz am Rand. Ich will mich jetzt eigentlich gar nicht mit dem... Was ist denn das da? Seht ihr das? Hat er mich gesehen? Nein, hat mich nicht gesehen. Wenn ich wusste, wo ich hin muss. Ich will eine Gnade, bitte. Ich werde so stinkig, wenn ich jetzt hier sterbe. Könnt ihr euch schon mal auf ein riesiges Gebrüll... ...einlassen. Oh Gott, Scheiter. Puh. So, erstmal rasten. Wie sieht es denn aus mit meiner... ...Stufen... ...kann tatsächlich noch ein Stufenaufstand, Stiegmann. Gehe ich weiter in die Kondition? Na klar. Gehe ich weiter in die Kondition. So. Jetzt ist die Frage, wohin? Es sind jetzt so viele Orte, wo ich lang gehen könnte. Ich gehe ehrlich gesagt... ...nochmal in diese Seitengeißer da rein. Und gucke mal... ...ja. Ob ich da lang komme. Also wo es da hingeht, da waren ja viele... ...viele Spinnis. Kuckuck. Ne, da war nichts. Alles gut. So, was ist das hier? Seht ihr das? Was zum Hänger? Was ist das? Das war nur Material, was blau geleuchtet hat. Okay. Außer Spesen nix gewesen. Ne, da geht's garantiert. Nein. Okay. Gut. Ach, ich kann ja wieder auf meinen Gaul. Na ja, dann nehme ich mal stark an... ...dass ich hier irgendwo lang muss. Ja, sieht gut aus. Bisschen umgucken. Vielleicht findet man ja irgendwann... ...zum Beispiel ein... ...keine Ahnung. Was ist das? Okay. Ich gucke mal kurz hier, was... Oh, hier sind ne Menge... ...ist ne Menge Kroppzeug unter dem... ...das hat definitiv was hier. Ah, guck mal. Oh, Vorsicht. Da ist ein... ...ein übler Zeitgenosse. Da oben auf dem Baum sitzt auch einer. Jetzt mal aufhören, mich einzugasen hier. Na, ist doch gut jetzt. Pass auf, gleich fällt da irgendwo runter, der kleine Racker. So, jetzt ist er hier. So, dann gehen wir mal kurz hier unten rein. Da ist auch noch einer. Wie viel habe ich denn da gerade getroffen? Ja, ja. Ja, ja. Drei von zwei Schuss gehen daneben. Sehr gut. Aber es gibt Mana... Äh, Mana sag ich schon. Ähm. Habe ich die jetzt alle erledigt? Ach, der lebt noch. Kusch. Ich will doch eigentlich nur hier ran. Na bitte, hat sich ja gleich schon belohnt. Was du hier von mir willst, ist mir auch unklar. Ah, da ist der Nächste. Die sind ja eigentlich komplett harmlos. Die können ja eigentlich überhaupt gar nichts. So, was mir dabei einfällt... Ich habe jetzt gerade so viel von den Dingern hier gekriegt. So, das war viel besser. Guten Tag. Weißt du was? So. So, wo zum Hänker sind wir hier? Stecken wir wieder aufs Pferdchen. Da kommt irgendwas. Ah! Ich habe es gesagt, da ist da was gekommen. Juhu! Hast du einen auf den Sack gekriegt? Und zwar im wortwörtlichen Sinne. So. Was ist das hier? Sieht mir total wichtig aus. Sieht mir aus, als wäre da drin irgendetwas Größeres. Ah ja. Ist nur einer, ne? Ich dachte, das ist sonst was. Naja. Kriegsasche Vakuum-Schnitt. Das klingt interessant. Sie dürfen nicht, sie dürfen nicht. Umso mehr, sie dürfen nicht, sie dürfen nicht. Kann ich, ne, kann ich auch nicht. Ich dachte mir, was ist das für ein mordsmäßiges Vieh. War aber nix. Tiefe von Tiefwurz. Okay. Tiefe von Tiefwurz. Was seid ihr denn für Freaks? Kopflos. Sie haben keine Köpfe. Tut mir sehr leid für euch. Jetzt müsst ihr aufpassen. Ah, da ist noch so ein Freak. Aha. Gibt es hier nicht irgendwo so eine, so eine Dings, wo man rein könnte? Also so eine. Was? Zum Henker. Was war's? Aha. Aha. Habe ich ihn erwischt? Er mich auch, aber... Ich war besser. Ii. So. Wo waren wir stehen geblieben? Hier. Aber hier war nix, ne, in diesen Ruinen. Ja, Moment. Gucken wir uns mal... Achso, warte mal. Hier ist... Ne, der ist schon wieder hier. Aha. So. Eine Lilie. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ah, hier ist nix. Ah. Wo kommst du hin? Komm mal her. Ja. Komm mal aus deinem Gedöns da raus. Danke. Ähm, was haben wir hier? Hö. So, komm her. So. Die können ja eigentlich gar nix. Außer rumspringen. Mann. So, nochmal zwei. Ja, ja. Puff, der kleine Drache. Bleib mal hier puff. Ich bin ein Baumfäller. Ein Holzfäller. So. Was ist das? Ah! Dafür gibt's nämlich immer was. Hier ist nix. Links ist nix. Rechts ist nix. Okay. Sieht gut aus. Ich frage mich allerdings, wo ich hin muss. Ah, das nehmen wir auch mal hier. Komm. So, aber ehrlich gesagt brauchen wir hier nicht rasten. Weil, wie ihr seht, haben wir noch nicht so gut wie alles. Joa, sieht gut aus. Ist hier noch irgendwas? Joa, hier liegen noch ein paar Sachen rum. Menschen was? Irgendwas mit Menschenfleisch. Brune. Auch gut. Auch gut. Also, was ich hier mittlerweile eingesackt habe, geht auf keine Kuhhaut. Was ist das für eine Markierung da? Die hab ich nicht gesetzt, ne? Ah, jetzt müssen wir da irgendwie runter. Wo laufe ich denn überhaupt gerade hin? Ah, hier könnte man runter. Ja, okay. Guten Tag, die Herren. Geht's denn so? Zip! Ey! War jetzt nicht so super effektiv, ne? Naja, hat irgendwie geklappt. Da hinten sind wieder ein paar von den Freaks. Ha, 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 ha. Bin so ein Schlichter vor dem Herrn. Gab's hier irgendwas? Ne, ne? Machen wir die auch noch gleich platt. Komm. Macht ja Spaß. Ist das... Ach, das ist so ein Glockending. Aber das ist irgendwie inaktiv. Ne, jetzt läuft's. Okay. Ist gut jetzt. Ha, ha, ha. Erstmal ein Dekogen. Wo ist der hin? Da. So. Ist das ein Gemetzel? Wir kümmern uns gleich um diesen Glockenfuzzi. Äh, den muss man eigentlich, äh... Ah, da sind noch welche. Vorsicht. Wuh. Manne alle. So. Ähm. Eigentlich muss man da irgendwelche Kristalle zerstören, die irgendwo sind, damit der runterkommt. Aber ich sehe keine Kristalle. Normalerweise sind das so eine Weiße. Hm, keine Ahnung, wo die sein sollen. Was ist er da? Ja, bei ihm passen wir mal ein bisschen auf. Der ist immer ein bisschen... Ja, der hat ja ein Pferdchen. Guck, guck. Kommen sie mal von ihrem Gaul runter. Oh. Na. 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 So, jetzt. Haha. Jetzt den Gaul weg. Okay. Warum den Gaul weg? Weil ich dann hier, wie ihr seht, noch was bekomme. So. Na. Was ist das? Blitzgroßbolzen. Nochmal Blitzgroßbolzen. Interessant. Aber... Was war denn das da gerade? Kein Geheimnis voraus. Okay. So, darunter wollen wir ja nicht. Auf den Typen drauf kommen wir auch erst mal... Also ich sehe irgendwie leider kein... Keine weißen Kristalle. Können wir irgendwie auf ihn drauf hopsen. Na, vielleicht mit dem... Mit dem Baum hier. Ja. Au. Er hat aber Aua gemacht. So. Wie viel... Wir haben schon wieder 150.000. Ähm. Über den Baum kämen wir vielleicht da drauf. Oder? Naja. Der ist zu steil. Da sind noch irgendwelche Fuzzis. Ich mach die mal ganz kurz zum Rigolärblatt. Au. Wer zum Henker... Wer zum Henker hat geschossen? Der da oben. Ich hab ihn gesehen. Lass das. Hör auf. Skort jetzt. So, da ist noch einer. Da oben. Hab ihn gesehen. Was war das? Was war denn... Was ist das denn? Achso. Das ist so ein Hopser. Ja. So. Haben wir... Haben wir... Oh. Vorsicht. Du pfeifst das mit. Das ist noch mein Volk. Achso. Ja. Reiter runter. Das ist gut. 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 Du machst das heute spannend. Ne? Rüstung des Ritters des Mausoleums. Du musst hier nicht so rumjumpen. Ach, da ist auch so wieder so ein Flitzebogen von See. Lach auf, lach auf, mein Freund der Sonne. Ah. Hier wollte ich gar nicht hin. Okay. Hier wollte ich eigentlich auch nicht hin. Wo bin ich hier? Keine Ahnung. Puh. Erstmal. Man hat Tank. Oh, ich sehe gerade. Wir nehmen auch schon wieder viel zu lange auf. Ähm. Freunde. Wie es weitergeht. Wie ich da raufkomme. Und was wir hier unten noch alles erleben. Das seht ihr alles beim nächsten Mal. Hier ist erstmal Aufnahmestopp. Euer Mr. Fleck. Ich freue mich. Ich freue mich. Sie kommen.